Wussten Sie, dass Kommissar Jennerwein eine versteckte Hütte in den Bergen hat? Dort will er mit seinem Team einen gemütlichen Hüttenabend feiern. Sie müssen sich das so vorstellen. Es ist tiefster Winter und es schneit. Ja, es schneit. Es schneit heftig. Dicke Schneeflocken fallen vom Himmel. Und da gehen wir jetzt hin. Das ist Jennerweins Hütte. Der Kommissar erzählt gerade, wie er als Schüler seine ermittlerischen Fähigkeiten entdeckt hat. Man amüsiert sich großartig. Doch plötzlich merkt Jennerwein, dass sie alle in eine üble Falle getappt sind. Das Brenzlige daran ist, dass er sein Team nicht warnen kann, weil der Täter mit am Tisch sitzt. Und dann eskaliert das Geschehen schlagartig. Kommissar Jennerwein ermittelt also das erste Mal im Winter. Es geht um tollkühne Snowboarder, schusselige Außerirdische, geheimnisvolle Handzeichen. Mehr verrate ich nicht. Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt. Das ist das erste Mal im Winter. Vielen Dank.